Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmann. Entschuldigung für den Huster, aber der kam gerade, wo ich auf die Aufnahme gedrückt habe. So weiter geht's. Let's go. So will ich. So will ich auch hier. Weiter geht's. Oh. Ja. Stehen lassen. Egal. Aber dann mit. Ne. Aber dann mit. Aber dann die hoch- und runter-bahn eventuell machen. Weil sonst ist der Kreis dort nicht mehr. So. Dann haben wir jetzt besser die Ziften dann auch. Die wir runter ernten müssten. Nun ja. Getreideschrot bisher an der Mache. Dann wieder Schweinefutter produzieren. Dann wieder die P3. Andere Reichtell einer erstmal beim Silo. Gucken was hier auskommt. So, umgele. Oh, du bist. Aber ob wir jetzt wo was kommt, das ob wir können drüber machen eigentlich. So, dann zurück. So, dann zurück. So, dann zurück. Min-up. So, dann zurück. So, dann zurück. Ach, jetzt was das Meldensystem macht, das zockt mir dadurch die Spaß, es ruckelt nicht mehr. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Wenn es nicht mehr doppelt so große Grafik gerade ausmacht, ist schön was gehört. So, let this train. So, hauen wir das auch. Ich werde nicht fahren, hängen wir uns. Jetzt klingt es auch sehr passiert, ich muss den Schlepper da wegfahren. Oh, nein, alle. Waren wir da ins Gehege gekommen mit dem Wende übernömer. Oh, nun gleich, ich weiß es nicht. Okay. 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 So, auf. Und dann sind wir schon öffnen. Einmal ist es ein Prozent. Wird man bis hochkommen oder eher nicht? Aber ich denke, die Majonee ist nur ganz lieb. Wenn ich bis hochkommen werde, hätte ich mir das sogar gegen Sprache. Aber jetzt ist der Patient drin. Cool. So. Ein Zeitpunkt. Die Strohme und einen schönen Kompass da. Ich weiß nicht, ob ich das mal aktiviert habe. Dann sind wir noch 50.000 in den Rest rein. Wie erhalten wir den Rest dafür? Überleg ich mir noch. wie das Dämpelfüsse dann wird so, dann gehts vielleicht haben wir Feld 1 auch geschafft wir folgen ihr Feld erst bei dem anderen haben wir ein Stück länger brauchen bei einer Sacktion so, dann geht es so, dann geht es so, dann geht es da ist ein Stück und wir haben dann diese auf und wir haben eine крутede gerade Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir haben noch 7.000 unser Platz. Viral Pupsch jetzt erstmals füllen. Mal gucken, was wir reinkriegen. Wir kommen auf 5.000 setter. Ja, das ist nicht eng geworden. Das ist nicht eng geworden. Wir bauen uns in den 1-1-Knopf. Mal gucken, ob das jetzt weniger wird. Das ist noch 1.4, aber haben wir noch. Und noch 1.000 Meter. 1.000 Meter. Neue. 800. 700. 600. 500. 400. 200. 100. 100. 100. 200. 100. Wir haben die Abitur für den Dickdick Wir haben die Abitur für den Dickdick Wir haben die Abitur für den Dickdick Kontext Ich möchte jetzt fragen, ob das Ding jetzt ein Prinzip war, ob es reicht. So, Feld fertig. Da bleiben Tausende, aber es wird schon übrig. Nicht mal nach 5 Uhr, was ich jetzt aus dem Quatsch steckt. Habt ihr die Idee, ich das mache? Da gucken wir uns an. Ich weiß nicht, da sind die da drauf, oh ja. Jetzt kriegt man den Hörsteller, weiß nicht, der Geier wohin. Oh, die da, die da. Oh, 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 oh. Ja, ich hab wieder getriegt, nach wo geguckt, aber an der Seite das Rohr noch da ist. Oh, da war er weg, auch ein Wild. Jetzt wird es zwar ein bisschen üblich alles zu entschneiden, aber... ...dann sparen wir uns mal das. Ne. Ne. Ich bin ja, ich wende da vorne. Da ist alles... 2, 2, stop. Die Idee war gut, was alles für ein Hund. Ok. Ich muss die Kuppenis machen. Alles gut. Als ich jetzt einen Kuppenleine habe, kann es sein. Auch hier, das Kuppen, kann es nicht sein. Was will tricksen. Das ist nur in der Ruhr, was das Kuppenleine geliebt ist. Das ist Was ist? Was ist? Wir haben die Sorge Das ist ein bisschen entschuldigt, aber jetzt ist die Musik und zurück und 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 nicht hochgeführt weil es aber gefällt Och mein gönnt mir doch mal bisschen was und finde wir haben nichts gegeben ich kann noch rumzählen wir sind jetzt ohne nicht zu schlafen so Idee von Puglia so egal nicht egal Licht machen wir und doch rein hoch und hoch und hoch und hoch hoch und hoch 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 und hoch 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 und vor dem das jetzt noch ein bisschen ruckler hier und da vorher eine ÖA und da will auch die Mütter zurückgehen hier ruckeln, das ist ein bisschen am Hof oder steht da einfach nur zu viel rum muss ich nochmal beobachten oder erst alles wieder richtig laden jetzt in die neue Korten alles so, aber ich komme jetzt erst mal zum Ende dieser Folge wenn es euch gefallen hat, lasst es kleinen Dämpfen da denn ich bin raus, tschau tschau, sagt euer Jaso